Heute zeige ich dir 7 neue Tipps und Tricks für dein iPhone. Und wieder bin ich bereit zu wetten, dass du bestimmt mindestens einen davon noch nicht kennst. Diesmal schauen wir uns ganz verschiedene Bereiche deines iPhones an. Angefangen bei einem coolen Design-Trick über Spam-Schutz bis hin zu Tipps, die dich produktiver am iPhone machen. Am Ende des Videos verrate ich dir, wie du an der Wette teilnimmst, damit wir alle erfahren, ob ich gewonnen habe oder nicht. Und jetzt bin ich gespannt, sind diese Tricks alle kalter Kaffee oder behalte ich am Ende recht? Top, die Wette gilt. Der plastische Eindruck, den der Homescreen des iPhones macht, ist ja recht schick. Aber man hat sich irgendwann auch mal daran satt gesehen. Nun ist das iPhone jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass man das Grunddesign ohne größere Verrenkung einfach ändern kann. Es gibt zwar ein paar Wege, aber das sind eher Hacks, bei denen man schon merkt, dass das iPhone dafür nicht wirklich ausgelegt wurde. Einen ziemlich coolen Trick in dieser Hinsicht habe ich bei der Recherche jedoch entdeckt. Und zwar gibt es einen Bildschirmhintergrund für dein iPhone, der aus dem 3D-Look einen 2D-Look macht, indem es den Homescreen so erscheinen lässt, als hätten weder deine App-Ordner noch das Dock unten am iPhone einen transparenten Rahmen. Hä? Was ich damit meine, ist viel einfacher gezeigt als gesagt. Hier ist mal ein normaler farbiger Hintergrund aus dem iPhone-Repertoire. Und du siehst bei den App-Ordnern und unten am Dock diesen semi-transparenten Rand um die Apps herum. Und jetzt kommt das besagte Hintergrundbild ins Spiel. Das ist nämlich genau auf die Grautöne der Transparenz abgestimmt, sodass es so erscheint, als wären diese verschwunden. Und hier siehst du es. Obwohl hier wirklich nur das Hintergrundbild gewechselt wurde, hat das iPhone plötzlich eine ganz andere Anmutung und die Apps liegen flach und zweidimensional auf dem Bildschirm. Und du aktivierst es ganz einfach so. Nachdem du das Bild auf deinem iPhone gespeichert hast, gehst du in die Einstellungen, dann Hintergrundbild, tippst auf neuen Hintergrund wählen und wählst dann das Foto aus. Wende das Bild dann auf den Home-Wildschirm an und stelle sicher, dass der perspektivische Zoom ausgeschaltet ist. Und fertig. Ich finde, das sieht schon recht cool aus. Sowohl für hell als auch für dunkel. Findest du nicht auch? Okay, ich vermute, du weißt das schon. Für mich war es tatsächlich was Neues. Du kannst in der Fotos-App nicht nur mit zwei Fingern mehrere Fotos auswählen, du kannst sie auch direkt in eine Konversation legen und verschicken. Zum Beispiel über die Nachrichten-App oder in einer Mail-App. Ein bisschen Fingerfertigkeit solltest du dafür allerdings mitbringen. Ich versuche mich mal an dieser kleinen Fotoserie eines Kunden von mir. Und zwar möchte ich gerne vier dieser Fotos auswählen, also halte ich mit dem Finger eines davon gedrückt und ziehe es etwas nach unten. Jetzt kann ich mit einem weiteren Finger die anderen drei Fotos auswählen. Und während ich die vier Fotos weiter mit dem Finger der linken Hand gedrückt halte, verlasse ich mit der rechten Hand die Fotos-App und wir öffnen die Nachrichten-App. Hier ist eine Unterhaltung mit meiner Frau Sarah und ich muss jetzt nur die vier Fotos in die Unterhaltung ablegen und sie werden zum Versenden bereit gemacht. Das kanntest du schon? Wie sieht es denn damit aus? Dieselbe Technik kannst du bei einer Google-Bildersuche anwenden. Sagen wir, ich suche nach dem Bild eines iPhones für mein neues Video und werfe dafür die Google-Bildersuche an. Und ich kann nun genauso durch gedrückt halten und antippen weiterer Bilder meine Auswahl versenden oder zum Beispiel in der Notizen-App ablegen. Gar nicht verkehrt. Wie beim letzten Mal gibt es auch einen Siri-Tipp von mir. Wenn du einen Link, ein Foto oder auch einen Podcast mit jemandem teilen möchtest, dann geht das mit Siri wahrscheinlich sogar am schnellsten. Nehmen wir mal meine Website, weil ich die gerade etwas überarbeitet habe. Ich rufe sie in Safari auf. Das ist wichtig, denn mit anderen Browsern geht das nicht. Und ich aktiviere Siri und sage, sende das an Sarah. Und Siri bereitet einen Anhang vor, der den Link zur Website enthält, die ich mit ihr teilen möchte. Dann fragt mich Siri, ob ich bereit zum Senden bin und schon habe ich den Link mit ihr geteilt. Das geht nun nicht mit allen Apps, aber zum Beispiel mit Musik in Spotify, Podcasts in der Apple Podcast App oder mit Bildern in der Fotos App. Probiere es einfach mal aus. Bei meinem nächsten Tipp geht es mal wieder um das beliebte Thema Spam. Ich weiß natürlich nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme immer mal wieder Anrufe aus dem Ausland, bevorzugt aus England oder aus Belgien. Meist geht es dabei um verlockende Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen, Gold oder ähnliches. Kurz gesagt, echt unerwünschte Störungen. Bei Anrufen dieser Art bist du bestimmt auch schon dazu übergegangen, die Nummer direkt danach zu blockieren. Einfach über den roten Menüpunkt unten. Aber auch über E-Mail gibt es immer wieder Spammer, die den Weg in den Posteingang finden und bei denen man wohl eher nicht darauf vertrauen sollte, dass ein Link zum Appestellen, falls es den überhaupt geben sollte, tatsächlich zu einer Appestellmöglichkeit führt. Ganz im Gegenteil. Irgendeine Form der direkten Antwort auf solche Mails kann dir eigentlich nur schaden. Stattdessen tippst du in der Mail-App einfach auf den Namen des Absenders und dann auf diesen Kontakt blockieren. Das ist zwar bei echten Spammern keine Garantie dafür, dass sie dich nicht einfach von einer neuen E-Mail-Adresse aus anschreiben, aber zumindest mit dieser E-Mail-Adresse kommen sie dann nicht mehr zu dir durch. Viele hören ja gerne Musik oder Podcast zum Einschlafen. Aber was, wenn man immer deutlich früher einschläft, als die Musik oder der Podcast normalerweise läuft, beziehungsweise wenn die Musik einfach immer weiter läuft? Dann kannst du dir mit den Bordmitteln deines iPhones eine Zeitschaltung für Podcasts beziehungsweise Musik programmieren. Einfach deinen Podcast oder deine Playlist starten. Hallo liebe Hörer, hallo liebe Hörerinnen. Zum Beispiel in Spotify. Es geht aber auch mit anderen Apps. Und dann in die Uhr-App wechseln. Unten wählst du deinen Timer und gibst die Dauer an, wie lange dein Podcast oder deine Musik laufen soll. Für diese kleine Demonstration wähle ich mal nur 5 Sekunden. Und dann gehst du auf Timer Ende. Hier stellt man ja normalerweise den Signalton ein, der erklingen soll, wenn der Timer bei 0 angelangt ist. Aber ganz unten in der Liste gibt es Wiedergabe stoppen. Das wählst du aus, gehst auf Einstellen und dann auf Start. Und nach unseren 5 Sekunden... Dann ist das ganz klar und ohne Zweifel ein Echtzeitstrategisch Spiel. Wird die Wiedergabe des Podcasts beendet? Hand aufs Herz, wusstest du das schon? Falls nicht, dann könntest du mir das jetzt signalisieren. Ganz einfach mit einem Klick auf den Daumen nach oben. Merci. Eltern kennen den nächsten Tipp vielleicht schon. Und auch ich habe ja im Zimmer nebenan einen frisch geborenen Sohn, der bestimmt irgendwann auch einmal Spiele auf dem iPhone spielen möchte. Damit er bei der Gelegenheit nicht auch Mail-Anfragen meiner Kunden mit kreativen Texten beantwortet, möchte ich das iPhone möglichst so einstellen, dass er nur das jeweilige Spiel spielen darf und auf keine weiteren Apps oder Funktionen Zugriff hat. Und genau das kann ich mit dem geführten Zugriff tun. Diesen aktivierst du so. Gehe in den Einstellungen auf Bedienungshilfen und dann auf geführter Zugriff und stelle sicher, dass der erste Schieberegler aktiv ist. Darunter kannst du entweder einen Zahlencode zum Entsperren des Zugriffs wählen oder aber dein Face-ID nutzen. Wechsle dann in die App, die dein Gastnutzer bedienen dürfen soll. Wir nehmen mal ganz klassisch Candy Crush als Beispiel. Ich starte das Spiel und tippe dann einfach dreimal auf die Seitentaste. In den Optionen können wir noch genauer einstellen, welche Tasten am iPhone wir für unseren kleinen Gast freischalten. Vielleicht ja noch den Lautstärkeregler. Und besonders schön, ich kann ein Zeitlimit festlegen für eine maximale Spieldauer. Dann tippen wir Fertig und dann Starten. Und nun gibt es keine Möglichkeit mehr, zum Homescreen oder zu einer anderen App zu wechseln. Aber Candy Crush kann man wunderbar spielen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, erscheint eine entsprechende Meldung und dann geht es nur noch weiter, wenn man den Entsperrcode kennt. Dreimal die Seitentaste drücken, Code eingeben und wir können den geführten Modus wieder beenden. Wie du den sichtbaren Bildschirm mit deinem iPhone abfotografierst, also auf Neudeutsch Screenshotest, weißt du wahrscheinlich schon. Was aber, wenn du nicht nur den sichtbaren Bildschirm abfotografieren möchtest, sondern das gesamte Dokument, beziehungsweise eine längere Seite im Browser. Auch das ist möglich. Über die Screenshot-Tastenkombination, rechte Seitentaste und Lautstärke hoch zusammendrücken, machen wir ein Bildschirmfoto und tippen dann direkt auf das eingeblendete Bild. Hier wählen wir oben ganz einfach ganze Seite und fertig. Dann PDF in Dateien sichern und voilà, unter der App Dateien findet sich nun das Bildschirmfoto der gesamten Seite. Super praktisch. Und nun Butter bei die Fische. Wie viele dieser sieben Tipps und Tricks kanntest du noch nicht? Schreib mir einfach die Zahl, also 0 bis 7 in die Kommentare. Gerne auch, welche der Tipps du noch nicht kanntest. Hast du eine Zahl größer als 0 eingetragen, dann freue ich mich ganz besonders über einen Daumen hoch für dieses Video. Auch als Signal für andere, dass sie hier was Neues über ihr iPhone lernen können. Weiter geht es mit dem Video neben mir. Dort erfährst du noch mehr über dein iPhone. Also klick jetzt einfach drauf und bleib dran.